Ja, schön euch alle zu sehen. Herzlich willkommen, wenn ihr auch das erste Mal hier seid. Es ist schön, dass wir die Freiheit haben, hier Gottesdienst zu feiern. Lass uns immer wieder nicht die vergessen, die verfolgt werden, denen es nicht so geht, die diese Freiheit nicht haben, aus den verschiedensten Gründen. Und für sie beten, dass Gott sie in besonderer Weise segnet und stärkt. Ja, wir sind im Buch der Sprüche. Wir machen weiter in Kapitel 14, Vers 11. Das Haus der Gottlosen wird ausgetilgt. Aber das Zelt der Aufrichtigen blüht auf. Hier ist wieder so typisch für die Sprüche ein Gegensatz, der formuliert wird. Zwei Dinge, die gegenübergestellt werden. Das Haus der Gottlosen und das Zelt der Aufrichtigen. Die Gottlosen, die ohne Gott gehen. Die den Weg der Sünde gehen. Und auf der anderen Seite die Aufrichtigen, die geraden, die den geraden Weg gehen, den Weg Gottes gehen, mit Gott zusammen. Sie stehen hier wieder gegenüber, wie so oft in den Sprüchen. Und dieser Vers sagt uns einfach das, was Gottes Sicht, Gottes Weisheit ist, über diese beiden verschiedenen Arten sein Leben zu bestreiten, durch sein Leben hindurch zu gehen. Wenn du aufrichtig, wenn du gerade mit Gott durch das Leben gehst, dann ist die Verheißung einer Blüte, dein Leben blüht auf. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und volle Genüge, das volle Leben. Jesus sagt, der Weg, der schmale Weg, auf dem die Gerechten gehen, der gerade Weg, mit Gott zusammen, der führt zum Leben. Aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und hier wird es mit dem Bild von der Wohnung uns vor Augen geführt. Das Haus des Gottlosen wird ausgetilgt. Das Zelt der Aufrichtigen blüht auf. Ich fand es auch interessant, dass hier Haus und Zelt gegenübergestellt werden. Wisst ihr, der Gottlose baut ein Haus. Er baut sich seinen Palast. Er sucht und strebt nach Reichtum. Er strebt auch nach Sicherheit. Er sucht es aber in dieser Welt. Aber dieses Haus bleibt nicht bestehen. So viele große und herrliche Gebäude haben Menschen schon errichtet. Und alle, soweit sie nicht schon längst wieder in Schutt und Asche gefallen sind, werden in Schutt und Asche fallen. In dieser Welt bleibt nichts bestehen. Du kannst ein Haus noch so gut bauen. Es wird nicht bestehen bleiben. Dagegen leben die, die den geraden Weg gehen in einem Zelt. Wie Abraham, Isaac und Jakob. Sie haben in Zelten gelebt. Sie waren Nomaden. Sie haben ihr Zelt aufgebaut. Haben dort, wo sie gelebt haben, eine Weile gelebt. Und als die Herden alles abgefressen haben, sind sie weitergezogen mit ihren Herden. Haben ihr Zelt abgebaut, eingepackt und sind weitergezogen zum nächsten Ort, wo sie dann ihr Zelt wieder aufgebaut haben. Und dieses Leben im Zelten wird uns in Hebräer 11 deutlich gemacht. Es ist ein Lebensstil. Nämlich dieser Lebensstil, mit der Gewissheit im Herzen zu leben, wir haben hier aber keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Unser Leben ist nicht ausgerichtet auf ein Haus in dieser Zeit, sondern unser Leben ist ausgerichtet auf die ewige Wohnung, von der wir gesungen haben, von dem ewigen Zuhause. Da wollen wir hin. Wir bauen nicht ein Haus in dieser Zeit, sondern wir leben in dieser Zeit in Zelten. Davon werden wir gleich noch mehr hören. Vers 12 Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Hier wird darauf angespielt, auf das Phänomen, dass du manchmal unterwegs bist, vielleicht wird es dunkel. Vielleicht kommt ein plötzlicher Nebel. Irgendwie vor einigen Jahren war das so. Irgendwie Silvester hatten wir hier gefeiert. Und dann, ach letztes Jahr war das, genau. Und ein paar Geschwister sind dann mit dem Auto nach Hause gefahren, nach der Silvesterfeier hier. Und sind dann in so einen krassen Nebel reingekommen, wo du echt nur noch einen Meter vor dir sehen konntest und dann war alles dicht. Nichts mehr zu sehen. Und dann suchst du dir deinen Weg und denkst, ja hier geht es lang. Das sieht so aus, als ob das gerade ist, als ob das der gerade Weg ist. Diesen geraden Weg verfolge ich jetzt mal. Und plötzlich macht der Weg eine Biegung und du kriegst es nicht schnell genug mit und du landest im Graben. Du fährst den Abhang runter. Du fährst gegen den Baum. Gott sagt uns hier, unser Vater sagt uns hier, Kind, verlass dich nicht auf dein eigenes Erkenntnisvermögen. Für dich selbst scheint dieser Weg der richtige zu sein, der gerade Weg. Aber pass auf, wenn du dich darauf verlässt, auf deine eigene Erkenntnisfähigkeit, dann wirst du am Ende im Graben landen. Dann endest du am Ende am Baum. Du brauchst eine höhere Erkenntnis. Steht im Psalm 119, Vers 105. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Es kommt nicht darauf an, wie ich selbst meinen Weg beurteile, meinen Lebensweg, sondern wie Gott es beurteilt. Was Gott darüber denkt. Welchen Schritt, Gott, soll ich weiter gehen? Welche Richtung soll ich in meinem Leben einschlagen? Die richtige Art und Weise daran heranzugehen ist, ich weiß es doch selber nicht, ob dieser Weg der gerade Weg ist. Herr, lehre du mich, zeige du mir den richtigen Weg. Ich will es von dir lernen. Ich will es aus deinem Wort lernen. Denn ich möchte diesen geraden Weg gehen, den Weg, der dich ehrt. Der Weg, der dann auch zum Ziel führt, zu dem Zuhause, was ich suche, wonach ich mich sehne. Und Gott gibt uns dieses Licht, was wir brauchen, um weiter gerade auf diesem geraden Weg gehen zu können. Es ist nicht das, was mir richtig erscheint, sondern es geht um die Frage, was ist in Gottes Augen richtig, der gerade Weg. Und das ist so wichtig, dass wir das suchen, dass wir danach fragen, dass wir uns nicht, ja, unabhängig von Gott bewegen. Das ist der Weg der Gottlosigkeit, der Sünde. Wenn wir meinen, wir wissen selber, wo es lang geht. Wir brauchen Gottes Hilfe in unserem Lebensweg, dass wir sehen, wo wir den nächsten Schritt setzen sollen. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Psalm 119, Vers 105. Vers 13 hier in Sprüche 14. Sogar beim Lachen kann das Herz Kummer haben. Und zuletzt wird aus Freude Traurigkeit. Der erste Teil dieses Verses spricht das an, was wir letztes Mal schon, worüber wir letztes Mal nachgedacht haben. Wisst ihr, wir sehen nur, was vor Augen ist. Wir sehen nur das Äußere. Und da lacht dich einer an. Ja, mir geht's gut. Alles klar, alles unter Kontrolle, alles Roger. Aber in Wirklichkeit ist da ein tiefer Schmerz, ein tiefer Kummer in der Seele verborgen, den du nicht siehst, den du nicht hörst, den du nicht kennst. Aber wie wir letztes Mal gesehen haben, Gott kennt dich durch und durch. Gott kennt deinen Schmerz tief in dir drin. Und er ist derjenige, der dir Rat geben kann, der auch dich heilen kann. Der dir beistehen kann, der dich trösten kann auf eine Art und Weise, wie das niemand tun kann. Wie einen eine Mutter tröstet, so tröstet uns Gott. Er ist uns Vater, er ist uns Mutter, viel mehr, als unsere leiblichen Eltern es sein können. Die zweite Hälfte des Verses klingt noch deprimierender, noch pessimistischer. Da steht, zuletzt wird aus Freude Traurigkeit. Darüber wollen wir mal ein bisschen nachdenken. Lass uns dazu mal Lukas 6 aufschlagen. Lukas 6 und Vers 24 bis 26. Jesus sagt zu diesem Thema etwas, was sehr wichtig ist. Wir hören uns gerne die Version an, die wir bei Matthäus finden, die dann Seligpreisungen genannt werden. Und wir werden uns auch gleich die Glückseligpreisungen angucken. Aber Lukas zeigt uns auf, dass Jesus nicht nur Seligpreisungen ausgesprochen hat, sondern auch Weherufe. Lukas 6, Vers 24. Und damit fangen wir an. Wir fangen mit den Weherufen an. Obwohl die ja hier als zweites kommen, fangen wir mal mit den Weherufen an, damit das Beste dann zum Schluss kommt. Nein, weil es sich bezieht auf das, was in Sprüche 14 steht. Wie bitte? Nein, nein. Aber wehe euch reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Jesus sagt, wehe denen, die sich ein Schloss, ein Haus in dieser Welt bauen, die sich ihr eigenes Königreich bauen. Denn ihr habt euren Trost dahin. Es ist vergänglich. Ja, ihr habt eine Zeit lang euch darin gesonnt, in eurem Glück. Aber es vergeht. Es geht dahin. Wehe euch, die ihr satt seid, die ihr euch sättigt an den Dingen dieser Welt. Den Hunger und Durst eurer Seele macht ihr satt durch das Vergängliche. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, die ihr euren Spaß habt, die ihr euer Glück in dieser Welt sucht und findet. Dieses Glück besteht nicht. Es vergeht. Und wehe euch, die ihr gut Freund seid mit aller Welt, die ihr euch einrichtet in diesem Strom dieser Welt und mittendrin seid. Und das ist es doch, das wollen wir doch immer. Schon die Jugendlichen, die wollen dazugehören, angesehen sein, ein Teil von dem großen Ganzen sein. Eine tiefe Sehnsucht haben wir danach. Und Jesus sagt aber, wehe euch, die ihr das in dieser Welt sucht, in den Dingen dieser Welt sucht und findet und dann reich seid, satt seid, lacht, glücklich seid, die ihr angesehen seid in dieser Welt. Wehe euch, denn das wird alles vergehen. Dem stellt Jesus etwas anderes gegenüber, ab Vers 20. Da steht, er erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach, glückselig seid ihr ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso taten ihre Väter den Propheten. Jesus stellt hier diese beiden Dinge gegenüber und er sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr arm seid. glückselig seid ihr, wenn ihr hungert. Glückselig seid ihr, wenn ihr weint. Glückselig seid ihr, wenn ihr gehasst werdet um meinet Willen. Und das ist ein wichtiger Zusatz, denn so manches Mal werden wir gehasst wegen anderer Dinge und dann vielleicht auch zurecht. Manchmal sind wir arm und leiden und es geht uns schlecht und zwar zurecht, weil wir so dusselig sind, weil wir so selbst bezogen sind, so selbstsüchtig. Ja, manchmal schaufeln wir uns unser eigenes Grab durch unsere Sünde leiden wir. Aber Jesus zeigt auf, es gibt ein Leiden, das nicht verursacht ist, dadurch, dass ich gesündigt habe, sondern es gibt ein Leiden, sein gerechtes Leiden ist und wodurch kommt das? Jesus zeigt uns das auf oder Lukas zeigt uns das auf am Anfang in Vers 20. Er erhob seine Augen zu seinen Jüngern. Er spricht hier zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen, die mit ihm gehen auf dem geraden Weg. Diejenigen, die sich nicht ein eigenes Schloss bauen hier in dieser Welt, sondern in Zelten umherziehen. Diejenigen, die ihr Leben nicht dafür einsetzen, glücklich und zufrieden in dieser Welt zu werden, sondern die genau das tun, und was Jesus auch gesagt hat, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Eure Lebensperspektive soll ganz anders sein als das, wie die Menschen sonst so leben, wie die Menschen um euch herum leben. Sie leben dafür, dass sie zufrieden sind, glücklich sind in dieser Welt, in dieser Zeit. Aber Jesus sagt, es gibt einen ganz anderen Weg der Glückseligkeit. Indem du mir nachfolgst, indem du den geraden Weg Gottes gehst, wirst du Entbehrungen erleben in diesem Leben. Du wirst nicht zu den Reichen gehören, zu den Schönen, zu den Starken, zu den Mächtigen. Du wirst nicht zu denen gehören, die im Mittelpunkt des Interesses stehen. Du wirst nicht zu denen zählen, die immer Spaß haben, die immer glücklich sind. Nein, du wirst zu denen gehören, die arm sind, weil sie nicht für sich selber leben, weil sie nicht für sich selber sammeln. Geben ist seliger als Nehmen. Du gehörst zu denen, die geben. und deswegen nicht das dicke Bankkonto haben. Du gehörst zu denen, die hungern und dürsten, weil sie sich sehnen nach dem Wahren, dem Echten, weil sie sich sehnen nach der Gerechtigkeit, die kommen wird, die noch nicht da ist. Du gehörst zu denen, die weinen, wie Jesus über Jerusalem geweint hat. Er kam nach Jerusalem und sah diese Stadt und er sagte, ich fühle mich, ich bin wie eine Henne, ihr seid meine Küken, ich möchte so gerne euch sammeln und für euch da sein, euch schützen und bewahren, euch segnen, euch versorgen, aber ihr wollt nicht. Das ist dieser Schmerz, der durch das Herz Gottes geht, dass die Menschen seine Liebe nicht wollen. Dass sie sich mit den Dingen dieser Welt zufrieden geben, dass sie ihren Hunger und Durst stillen wollen, mit dem, was diese Welt zu bieten hat und nicht nach dem fragen, der eigentlich ihren Durst und Hunger stillen kann. Die, die weinen, sie weinen mit Jesus über eine verlorene Welt, über Menschen, die nicht umkehren wollen zu dem, der ihnen das wahre Leben geben kann. Die auch weinen über das Elend in dieser Welt, was die Sünde hervorbringt, das Leiden, die ein barmherziges Herz haben wie Jesus und sagen, das ist ja so furchtbar. Wir sind so abgebufft oft, wenn wir die Nachrichten schauen. Es ist uns alles egal, wir sehen das ganze Elend und es ist uns egal. Wann haben wir das letzte Mal um jemand anderes geweint. Um die Verlorenheit dieser Welt mit Christus. Und Jesus sagt, wisst ihr, das ist euer Leben, das ist unser Weg, der Weg Jesus nach, dieser Weg, ein jünger Jesus zu sein, bedeutet, mit Jesus zu gehen. Und Jesus ist durch diese Welt gegangen und hat gelitten. Er ist arm gewesen. Er hat gehungert. Nicht immer, aber immer wieder. Er hat vor allen Dingen aber gehungert nach der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Er hat geweint, wie wir gesehen haben. Er wurde gehasst um der Gerechtigkeit willen. Verworfen, gekreuzigt. Und wer mit ihm geht, Geschwister, der ist der jenige, er teilt das Schicksal seines Herrn. Wo ist denn ein Jünger, der größer ist als sein Meister? Sagt Jesus an einer Stelle. Er sagt, wenn sie euren Meister beschimpft haben, warum wundert ihr euch, dass ihr beschimpft werdet? Aber Jesus spricht hier auch etwas aus, was wunderbar ist. Er sagt nämlich, glückselig seid ihr. Er sagt, freut euch und hüpft. Ihr könnt richtig vor Freude springen, wenn sie euch fertig machen. Was ist das für eine Freude? Es ist die Vorfreude auf das, was kommen wird. Er sagt, euer Lohn wird groß sein in den Himmel. Die Glückseligkeit ist etwas, die wir haben in Bezug auf das, was Gott uns schenken wird. Die Herrlichkeit, die kommt. Und wir haben in uns durch den Heiligen Geist eine Vorauszahlung und der Heilige Geist in uns jubelt und freut sich auf das, was kommen wird, was uns geschenkt wird. Aber es ist auch eine Freude, die direkt real gegenwärtig ist. Lass uns da mal eine Stelle in Apostelgeschichte aufschlagen, in Apostelgeschichte 5. Das ist eine Stelle, die ist wirklich für Menschen, die nicht aus dem Geist geboren sind, nicht verständlich ist, unverständlich. Und sie bleibt auch für viele Christen unverständlich, weil sie fleischlich gesinnt sind und nicht im Geist sind. Aber wenn wir diese Stelle lesen und bedenken, dann sollte in uns ein Hunger und Durst danach entstehen, genau so erfüllt vom Heiligen Geist zu sein, wie die Apostel, wie die Jünger hier. Denn hier steht in Vers 40 von Kapitel 5, als sie, und das ist der hohe Rat, als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen nicht im Namen Jesu zu reden und entließen sie. Krasse Situation der Bedrohung, der Erniedrigung, der Beeinflussung, der Angstmache. Du wirst nicht nur intensiv bedroht von den Mächtigen, sondern du kriegst es auch zu fühlen. Und Vers 41 Sie nun gingen hinaus aus dem Hohen Rat fort voller Freude und das ist das Krasse hier. Und das nicht, weil sie Masochisten waren, weil ihnen das Leiden so gut gefällt. Nein, ihre Freude hat einen anderen Grund voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden, für den Namen Jesu. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ihre Freude war, dass sie mit Jesus leiden durften, dass sie mit Jesus leiden erleben durften, nicht aufgrund ihrer eigenen Schuld. Es ist so schön, dass wir leiden dürfen aufgrund dessen, dass wir zu Jesus gehören. Das macht uns eins mit Jesus. Das ist das, was die Jünger gesagt haben. Petrus sagt es auch. Es ist Gnade, wenn ich leiden darf, um Jesu Willen, um der Gerechtigkeit Willen. Wenn ich um meine eigenen Schuld leiden muss, dann ist das nichts, worüber ich mich rühmen kann. Mein eigenes Versagen, meine eigene Schwäche, ja gut, okay, dann muss ich halt durch. Aber wenn ich um Jesu Willen leide, das ist eine Gnade, weil ich dadurch meinem Herrn nahe bin, eins bin mit ihm. Ich merke, ich bin auf dem richtigen Weg mit ihm. Und ich habe die Verheißung der Herrlichkeit. Paulus sagt in Römer 8, wenn wir teilhaben an seinen Leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Du wirst diesen Weg nicht gehen können und gleichzeitig dieses Happy Life führen können. Es geht nicht, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Entweder dienst du dem wahren lebendigen Gott, deinem Vater, der dich liebt, oder du dienst dem Mammon. Kannst nicht beiden dienen. Und das ist eine ganz fette, riesengroße Irrlehre, die in unseren heutigen Tagen durch die Gemeinden laufen. Das Wohlstandsevangelium. Gott will, dass du immer glücklich bist, dass du reich bist, dass du ein fettes Auto hast, dass du ein großes Haus hast, dass du ein dickes Bankkonto hast. Gott will das alles, er will dich segnen, glaube es einfach nur und du hast es. Das ist eine fette Lüge. Jesus beruft uns den Weg, mit ihm zusammen zu gehen und dieser Weg bedeutet, dass ich nicht zu den Reichen, nicht zu den Schönen, nicht zu den Mächtigen gehöre. Es ist ein Weg der Schlichtheit, der Einfachheit. Es ist ein Weg des Verzichts, aber nicht ein Weg, wo ich nur down bin, nein, glückselig bin ich. Es ist ein Weg der Freude im Leiden. Es ist genau das Gegenteil von dem, was der Sprüchevers am Anfang sagt, da ist Lachen, aber in Wirklichkeit ist Kummer im Herzen. Bei uns ist es genau andersrum. Da ist Leiden, da ist Weinen und doch Freude im Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist diese Freude. Sie haben diese Schläge erlitten und sie haben bestimmt geweint um dieser Schläge Willen. Die haben weh getan. Die Angst, die ihnen gemacht wurde, die Einschüchterung, die Bedrohung, es hat weh getan, es hat ihnen Angst gemacht, aber die Kraft des Heiligen Geistes in ihnen, die Freude in ihnen zu wissen, Jesus ist denselben Weg gegangen und er geht mit mir jetzt diesen Weg, damit ich ihn verherrliche. Das hat sie stark gemacht, sich zu freuen im Leid und sogar ungehorsam zu sein dieser Bedrohung gegenüber. Nein, wir reden weiter von Jesus. Wir gehen zurück zu den Sprüchen 14. Da steht in Vers 14, von seinen Wegen wird satt, wer abtrünnigen Herzens ist, und von dem, was in ihm ist, wird satt, der gute Mann. Dieser Vers ist ein bisschen schwierig zu deuten in seiner hebräischen Ursprung, im Urtext, und es gibt dann manche, die dann sagen, naja, vielleicht ist hier ein Buchstabe irgendwie verrutscht bei der Übertragung und dann korrigieren sie das. Aber diese Korrekturengeschwister, die werden öfter mal vorgenommen, das steht dann manchmal auch in den Bibeln, mit Textkorrektur steht dann da irgendwie in der Anmerkung und oft meinen die das gut und treffen auch ungefähr das, was richtig ist. Aber hier bei diesem Vers muss ich sagen, gefällt mir das, hier dran zu bleiben an dem Text, so wie er hier steht, wie die Elberfelder versucht, ihn auch möglichst genau wiederzugeben. Auch in der Schlachter ist es so in diese Richtung übersetzt. Weil es hier etwas ausgesprochen wird, was eine tiefe Wahrheit ist. Von seinen Wegen wird satt, wer abtrünnigen Herzens ist. Wisst ihr, satt werden, davon haben wir ja gerade gelesen, davon haben wir gerade gesprochen. Ja, der Abtrünnige baut sich sein eigenes Leben auf und sättigt sich an dem Werk seiner Hände. Er baut sich etwas auf und das ist dann seine Identität. Das ist das, was ihn glücklich macht. Das habe ich mir aufgebaut. das habe ich erreicht, das habe ich erlangt, das ist mein Abschluss, das ist mein Titel, das ist meine Position, das ist mein Lebenswerk. Davon sättigt sich ein Abtrünniger. Das ist der Sinn seines Lebens. sich etwas aufzubauen, woran er sich groß machen kann, worauf er stolz sein kann. Aber der gute Mann, er wird satt von dem, was in ihm ist. Lass es mal dazu in Johannes 4 aufschlagen. Wir lesen wir lesen hier von einer Frau, die auch hungrig und durstig ist und versucht ihren Durst zu stillen in Liebesbeziehungen und sie hat es schon so oft versucht. Sie hat sich an so viele Männer gehängt. Sie hat gedacht, der ist es, der wird mich glücklich machen, der wird meinen Durst stillen nach Liebe, nach Geborgenheit, der wird es sein, die wird es sein. So sind wir auf der Suche, ganz viele von uns, nach Erfüllung in einer Beziehung zu einem Mann, zu einer Frau. Diese Frau ist so typisch dafür. Jesus sagt ihr ins Gesicht, er weiß es, er kennt ihr Leben. In Vers 17 sagt er, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. So die halbe Wahrheit, die sie hier ausspricht. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Ist schon die Wahrheit. Denn fünf Männer hast du gehabt und der den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Alles aufgedeckt, alles aufgedeckt vor dem Herrn. Du kannst nichts verstecken. Fünf Männer, fünfmal verheiratet und jetzt hat sie einen Mann, der nicht ihr Mann ist, mit dem sie nicht verheiratet ist. sie ist auf der Suche, sie sehnt sich nach Liebe, nach Geborgenheit. Sie ist auf der Suche nach dem Leben, sie ist durstig und sie treffen sich an dieser Quelle und Jesus fängt das Gespräch an und sagt in Vers 7 da kommt eine Frau aus Samaria Wasser zu schöpfen, Jesus spricht zu ihr gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin. Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritanern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also dieser Anfang des Gesprächs ganz merkwürdig, Jesus sagt, komm, gib du mir zu trinken und er hatte erwartet, er hat gedacht, ja, vielleicht kommt sie darauf, vielleicht fragt sie mich dann und sagt, ich habe doch gar kein Wasser, kannst du mir Wasser geben? Aber er merkt, sie checkt das gar nicht und dann erklärt er das und sagt, hier steht jemand vor dir, der kann dir etwas geben für deinen Durst. Es gibt eine Gabe Gottes, die deinen Durst stillen kann. Die Frau spricht zu dem Herr, du hast doch kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Lebendiges Wasser ist einfach auch der Ausdruck für Quellwasser. Sie denkt, es geht hier um Wasser, um H2O. Immer noch, hat sie es nicht gecheckt. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Warum nicht? Sagt er jetzt. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu dem, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Wir merken, sie ist immer noch nicht ganz richtig klar, was Jesus hier meint. Sie denkt so, ja, dann brauche ich nicht mehr zum Brunnen zu gehen, wenn ich immer Wasser habe, sozusagen. So ein Wunderbrunnen irgendwie. Aber man merkt, sie ist angesprochen, sie merkt, boah, da ist etwas, Jesus hat etwas, was meinen Durst stillen kann. Was mir diese Männer alle nicht geben konnten. Was mir diese Frau nicht geben konnte, was mir dieser Mann nicht geben konnte. Jesus kann mir das geben. Wir blättern mal ein paar Seiten weiter in Kapitel 7 von Johannes in Vers 37. Da ist Jesus beim Laubhüttenfest in Jerusalem und am letzten, dem großen Tag des Festes Johannes 7 Vers 37 an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Bei wem findest du das Wasser des Lebens, das was deinen Durst, den Durst deiner Seele stillt, bei wem findest du das? Jesus sagt, komm zu mir, ich kann es dir geben. Bei mir findest du es. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du wirst dieses Wasser empfangen, was in dir zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt. Und jetzt erklärt Johannes uns das, was es mit diesem lebendigen Wasser, mit diesem Quellwasser auf sich hat. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Es geht um den Heiligen Geist. Es geht um Gottes Geist. Es geht um Jesu Geist. Sein Geist in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist dieses Wasser, dieses lebendige Wasser, was nicht nur ausgegossen wird in unsere Herzen, wie Paulus sagt in Römer 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Nein, es ist noch mehr. Es ist eine Quelle, die quillt. Es ist Leben in uns. Paulus sagt in Römer 8, der Heilige Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dieser Durst nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Annahme, wer stillt mir das? Gott stillt das in mir, indem er sagt, sei ruhig mein Kind, ich liebe dich, ich bin für dich da, ich lasse dich nie sein, wenn du durch das Tal des Todesschatten gehst, bin ich bei dir, wenn du, ich führe dich auf die grünen Auen, ich sättige dich, ich gebe dir das, was du brauchst und wenn du Zeiten der Dürre hast, ja, wenn du Zeiten des Leidens hindurch gehst, da bin ich auch bei dir und führe dich hindurch und trage dich. Der gute Mann sättigt sich an dem, was in ihm ist, an der Quelle, die er empfangen hat von Gott, die Quelle des Heiligen Geistes, des Beistands, des Trösters in uns, der uns erinnert an alles das, was Jesus gesagt hat. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Sprüche 14 Vers 15 Der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Ja, der Glaube ist was Wunderbares und Jesus lehrt uns zu glauben, ja, zu sein wie ein Kind in unserem Glauben, vertraut wie ein Kind. Aber das Vertrauen der Kinder, das kann auch ganz schnell missbraucht und in die Irre geführt werden, oder? Wie viele Kinder laufen in diesem Lande rum und glauben an den Weihnachtsmann? Liebe Eltern wollen ihren Kindern was Gutes tun, indem sie ihm von den wunderbaren lieben Weihnachtsmann erzählen und die Kinder glauben das. Warum? Weil sie einfältig im Sinne von sie wittern noch keine Lüge. Sie sind so eindimensional. Sie sind unerfahren, das kann man auch sagen zu einfältig, unerfahren. Sie wissen noch nicht, dass so viel Lug und Trug in dieser Welt ist. Sie glauben alles. Und wisst ihr, das meinte Jesus nicht, wenn er sagte, wir sollen glauben wie die Kinder. Wir sollen vertrauen. Er meinte, in unserem Vertrauen Gott gegenüber sollen wir solche Kinder sein. Unserem Vater im Himmel sollen wir so vertrauen wie die kleinen Kinder. Aber in dieser Welt, da sollen wir nicht wie die Kinder sein und alles glauben. Wisst ihr, es wird so viel, ständig wird dir so viel erzählt. In der Schule, in der Uni, auf den Schulungen, von den Medien, ständig sagt dir einer, was du zu glauben, was du zu tun, was du zu lassen hast. Ständig will dir irgendjemand erzählen, was richtig ist, was falsch ist. Ständig will dir jemand helfen. Sie wollen alle nur helfen. Aber glaub es nicht. Vertraue nicht. Glaube nicht jedem Wort. Achte auf deinen Schritt. Gott. Prüf alles, das Gute behaltet. Prüfe es im Licht des Wortes Gottes. Nimm das Licht, nimm die Lampe des Wortes Gottes und untersuche das, was dir da präsentiert wird. Mach dir die Mühe. Echt, es ist wichtig. Sonst wirst du hin und her geworfen von jedem Wind der Leere, wird uns gesagt. Mal hierhin, mal dorthin. Aber wenn du gut gelehrt bist im Wort Gottes, dann hast du einen Geschmack für das Echte, für das Wahre, für das Richtige, für Gottes Wort, für Gottes Lehre, für den Geist Gottes. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Darüber haben wir auch am Mittwoch gesprochen. Das ist ganz wichtig. Der Kluge achtet auf seinen sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und fühlt sich sicher. Wer weise ist, der kennt seine Grenzen. Wer weise ist, der weiß um die Macht des Bösen. Wisst ihr, den Teufel, den können wir nicht besiegen. Wir sind zu schwach. Als kleine irdische Menschen, als Gottes nicht gewachsen. Er ist eine mächtige Gestalt, listig. Er täuscht uns. Er verwandelt sich in einen Engel des Lichts und täuscht uns. Ohne Gott sind wir dem Bösen hilflos ausgeliefert. Deswegen ist es klug, sich vor dem Bösen zu bewahren. Ehrfurcht zu haben, Respekt zu haben vor dem Bösen. Aber auch vor der eigenen Schwäche. Eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. Zu wissen, in meinem Fleisch bin ich verführbar. Ich weiß das. Wenn ich mich in eine bestimmte Situation hineinbegebe, dann werde ich fallen. Also meide ich diese Situation. Manche würden dann sagen, du bist ja nicht richtig gläubig. Wenn du richtig gläubig wärst, dann würdest du in die Situation reingehen und wäre es überhaupt kein Problem für dich. Ja, aber es ist klug, es ist weise, wenn ich eine realistische Selbsteinschätzung habe, anstatt dass ich selbst sicher bin und mich in eine Situation hineinbegebe, wo ich falle. Paulus hat auch gesagt, wer meint zu stehen, sehe zu, dass er nicht falle. wachsam sein und weise sein. Und wenn uns diese Weisheit fehlt, zu unterscheiden, bin ich stark genug, mit dem Herrn diese Situation zu überstehen. Ist mein Glaube, mein Vertrauen in Gott so stark, dass ich dem Widersacher hier in den Rachen greifen kann? Manchmal führt uns Gott in risikoreiche Situationen. Manchmal will er uns herausfordern, dass wir Grenzen überschreiten, aber Geschwister, es ist so wichtig, dass wir es geleitet durch das Licht Gottes tun. Nur ein kleiner kurzer Gedanke dazu. Wenn Gott dich herausfordert, in eine Situation hineinzugehen, die gefährlich ist, wo du in Gefahr gerätst, vom Bösen überwunden zu werden, geh nicht alleine, geh zu zweit. Jesus hat seine Jünger zu zweit gesandt. Lass dich nicht dazu verführen, vom Teufel zu meinen, du müsstest alleine irgendwas für Gott tun. Gott hat seine Jünger mal zu zweit gesandt. Und das hilft uns, weil ich dann einen Bruder an der Seite habe, der mich korrigiert, der sagt, hey, da gehst du jetzt aber zu weit. Hey Junge, siehst du nicht, was hier für eine Gefahr lauert? Nee, habe ich tatsächlich nicht gesehen, war ich blind für. Ah gut, dass Gott mich dicht zur Seite gestellt hat, dass ich jetzt klarer sehe. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und fühlt sich sicher. Gott will, dass wir seine Wege gehen, dass wir geraden Weg gehen, dass wir nicht den Weg der Gottlosigkeit gehen, dass unser Leben nicht dem Verderben endet, dass unser Leben auch nicht dem Bösen dient, sondern dass unser Leben Gott dient, dem Guten dient, dass unser Leben Frucht bringt für Gott, für die Ewigkeit. Gott will nicht, dass wir uns mit den Dingen dieser Welt an die Dinge dieser Welt hängen, sondern dass wir uns an ihm hängen und in ihm volle Genüge haben und er will uns wirklich reichlich sättigen, er will uns so sehr erfüllen, dass wir mit Freude auch durch Leiden hindurch gehen. Jesus wir danken dir dafür danke, dass du uns voraus gegangen bist, diesen wunderbaren Weg. Herr, du siehst unsere Ängste, du siehst unsere Sorgen, du siehst unser schwaches Fleisch, aber danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du uns erfüllen willst mit der Fülle deines Geistes, sodass die Stimme unseres Fleisches nichts mehr zu bestellen hat, dass die Sorge verstummen muss, die Angst weicht und dass wir in tiefem Vertrauen zu dir, mit dir zusammen weitergehen im Lichte deines Wortes und so gestärkt werden, das Böse zu überwinden, Böses mit Gutem zu vergelten, Segen zu bringen, deinen Namen hinauszutragen zu den Menschen, die verloren sind, die auf dem Weg der Sünde sind, die ins Verderben rennen. Ja, bitte, wir bitten dich, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, mit deiner Liebe, dass wir auch weinen um die, die verloren sind, dass wir weinen mit denen, die weinen, dass uns das Elend wirklich auch ans Herz geht, dass wir uns hingeben mit dem, was du uns gegeben hast, auch materiell, Jesus, dass wir nicht die Schätze hier auf Erden horten, dass wir unsere Sicherheit nicht in den Dingen dieser Welt suchen, unseren Versicherungen oder in unserer materiellen Absicherung, sondern dass wir unsere Sicherheit, unseren Halt in dir suchen und finden. Jesus, dass wir mit dem Zelt, im Zelt unterwegs mit dir nach Hause gehen, in dein ewiges himmlisches Reich. Danke, dass du uns diese Lebensperspektive gegeben hast und uns gerufen hast, auf diesen Weg dir nachzufolgen. Danke, dass du uns vorausgehst dabei. Amen.